Hi, schön, dass du da bist. Die Fragestellung dieses Videos lautet, was versteht man unter Wärmeenergie? Als Vorwissen solltest du das Lernvideo zum Thema Energie gesehen haben. Die Lernvideos zum Thema Arbeit und zum Thema Bewegungsenergie können zum tieferen Verständnis hilfreich sein. Alle Lernvideos findest du auf ivy-education.de Den Begriff Wärme nutzen wir in unserem Alltag relativ häufig. Sätze wie, mir ist gerade total warm oder meine Cola ist nur noch lauwarm, sind dir bestimmt schon einmal untergekommen. Wie es aber oft so ist, unterscheidet sich unser Alltagsbegriff, in dem Fall Wärme, von dem, was wir darunter in der Physik bzw. in der Chemie verstehen. In den Lernvideos zur Energie und zum Thema Arbeit wurde der Begriff Wärme bereits mal erwähnt. Bei vielen Energieumwandlungen findet zum Beispiel neben den gewünschten Energieumwandlungen parallel auch die unerwünschte Umwandlung in Wärmeenergie statt. Und damit sind wir auch schon direkt im Thema. Wärme meint also eine Form der Energie. Die Wärmeenergie ist Teil der inneren Energie eines Körpers. Je nach Literaturwerk findet man aber auch den Begriff thermische Energie statt Wärmeenergie. Wie wir aus den Videos zu den Themen Energie und Arbeit wissen, kann Energie grundsätzlich gespeichert und übertragen werden. Dies gilt natürlich dann auch für die Wärmeenergie. Die Einheit der Wärmeenergie ist im Übrigen wie bei allen Energien auch Joule, abgekürzt mit einem großen J. Wenn wir nun etwas in unserem Alltag als warm bezeichnen, kann man sagen, dass hier ein Überschuss an Wärmeenergie vorhanden ist. Oder eben umgekehrt, wenn wir etwas als kalt empfinden, herrscht ein Mangel an Wärmeenergie. Wie du sicherlich weißt, ist unser Empfinden von warm und kalt sehr subjektiv und nicht wissenschaftlich. An dieser Stelle hilft uns aber die Physik weiter. Wärmeenergie lässt sich über drei Faktoren bestimmen. Nämlich über die spezifische Wärmekapazität des Stoffes, abgekürzt mit einem kleinen c, der Masse des Stoffes, abgekürzt mit einem kleinen m, und dem vorliegenden Temperaturunterschied, Delta T. Das heißt, die Wärmeenergie ist umso größer, je schwerer der Stoff ist, je größer der Temperaturunterschied ist, und je größer die spezifische Wärmekapazität ist. Das klingt nun wieder etwas abstrakt. Betrachten wir daher die drei Faktoren nochmal etwas genauer. Die spezifische Wärmekapazität c meint die Fähigkeit des Stoffes, Wärmeenergie zu speichern. Genauer gesagt, wie viel Energie braucht es, um einen Kilogramm des vorliegenden Stoffes, um 1 Grad Celsius, oder sagen wir besser 1 Grad Kelvin, zu erhöhen. Auf die Einheit Kelvin gehen wir gleich noch ein. Verdeutlichen wir uns zunächst die spezifische Wärmekapazität an drei Beispielen. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser bei Zimmertemperatur ist zum Beispiel 4,1851 Kilojoule pro Kilogramm und pro Kelvin. Das heißt, es braucht 4,1851 Kilojoule um ein Kilogramm, um einen Grad zu erhöhen. Luft hat dagegen eine spezifische Wärmekapazität von ca. 1 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt, es braucht für die Erwärmung von Luft weniger Energie als für Wasser. Noch weniger Energie benötigt man für Eisen. Die spezifische Wärmekapazität für festes Eisen beträgt 0,44 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Soweit zur spezifischen Wärmekapazität. Den Begriff Temperatur kennst du aus deinem Alltag. Die Temperatur ist physikalisch gesehen ein Maß für die Bewegungsenergie der kleinsten Teilchen im vorliegenden Stoff. Je geringer die Bewegungsenergie der Teilchen ist, desto geringer ist auch die Temperatur des Stoffs und entsprechend auch gering ist die Wärmeenergie. Umgekehrt ist die Temperatur hoch, wenn auch die Bewegungsenergie der Teilchen hoch ist. Denke zum Beispiel an Eis und kochendes Wasser. Eis ist starr und fest, sodass die Teilchen sich kaum bewegen und entsprechend liegt eine geringe Temperatur vor. Wenn Wasser kocht, sieht man ja, dass die Wasserteilchen sich zügig bewegen. Die Temperatur ist entsprechend hoch und damit ist eben halt auch die Wärmeenergie höher. Gemessen wird die Temperatur in unserem Alltag in Celsius. Im englischsprachigen Raum dagegen nutzt man die Einheit Fahnenheit. In der Physik messen wir die Temperaturen keine der beiden Einheiten. Tatsächlich misst man dort die Temperatur in der Einheit Kelvin. Kelvin kürzt man ab mit einem großen K. Während man bei Celsius einfach eine 100-schrittige Skala zwischen dem Gefrierpunkt von Wasser und dem Sieden von Wasser gewählt hat, wählt man bei Kelvin 0 Grad für den Punkt, an dem die Atome keinerlei Bewegungsenergie mehr haben. 0 Grad Kelvin entsprechen dabei minus 273,15 Grad Celsius. Die Umrechnung von Kelvin auf Celsius ist damit sehr leicht. Man addiert einfach zu dem Wert in Celsius 273,15 Grad und erhält somit den Wert in Kelvin. Als Beispiel 0 Grad Celsius entsprechen damit 273,15 Grad Kelvin. 100 Grad Celsius entsprechen dann 373,15 Grad Kelvin. Dadurch, dass wir aber in der Formel für die Wärmeenergie aber eh von einem Temperaturunterschied sprechen, spielt es rechnerisch keine Rolle, ob es sich nun letztlich bei den Werten um Celsius oder Kelvin handelt. Das Ergebnis wird das gleiche sein. Okay, stoppe nun das Video und fasse das Wichtigste in ganzen Sätzen zusammen. Fassen wir zusammen. Wärmeenergie kann gespeichert und übertragen werden. Sie tritt bei Energieumwandlung meist als unerwünschte Energieform auf. Die Einheit der Wärmeenergie ist Joule, abgekürzt mit einem großen J. Die Formel zur Berechnung der Wärmeenergie lautet Wärmeenergie ist gleich die spezifische Wärmekapazität des Stoffes multipliziert mit der Masse multipliziert mit dem Temperaturunterschied. Okay, wenn du nun alles verstanden hast, dann weißt du, was man unter Wärmeenergie versteht. Wenn du noch unsicher sein solltest, dann könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, die dir helfen kann. Im Video zur Ausbreitung und Übertragung von Wärmeenergie kannst du dein Wissen zum Wärmetransport, zur Wärmeleitung und zur Wärmestrahlung vertiefen.